Heute ist Montag, der 11. November 2024 und damit herzlich willkommen zu jeden Tag ein Ü-Ei. Heute am 11.11. öffnen wir natürlich ein neues Überraschungsei zum Start in die neue Woche und zwar für Mädchen mit den neuen Disneys Prinzessinnen oder einem Spielzeug. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß heute mit dem Ü-Ei des Tages für den 11. November. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.